Oh, tja. Das Vieh ist einfach nicht zu knacken. Dann bist du hässlich. Ich wüsste nur mal gerne, warum ich die ganze Zeit selbst Schaden kassiere, nur weil ich das Vieh treffe. Das stand da eigentlich nicht in dem Text zu den Algulen. Vor allem, wenn der hier von dem Vieh nicht so bestialisch hoch wäre. Da kann ich wohl erst wieder kommen, wenn ich ein entsprechendes Level habe. Ich meine, dass ich auf Albtraum spiele. Okay, aber... Da steht nichts von, sondern irgendein Gift ab, dass du selbst Schaden kriegst, sobald du die hittest. Da steht davon nichts. Du schlägst die und kriegst instant den dreifachen Schaden zurück. Aus Grund XY, der nicht genannt wird. Der auch optisch nicht zu erkennen ist. Vorhin hatten die ja noch irgendwelche Stacheln ausgesetzt. Aber jetzt... Keine Stacheln! Nix! Wieso kriege ich also Schaden? Ich kassiere Schaden allein davon, nur weil ich das Vieh treffe. Warum? Mein, bei den Steingolems und so. Da würde ich das ja verstehen, weil... Ist ja ein festes Objekt. Oder hier bei diesen... Hier bei diesen Erdgenius Viechern. Da würde ich das ja noch verstehen, wenn man davon Schaden kriegt, weil... Schwert auf Steinen und... Ja, aber... Das ist kein Steinfieh. Das ist ein normales Monster aus Fleisch und Blut. Wieso kriege ich Schaden nur weil ich das treffe? Wieso kriege ich Schaden nur weil ich das treffe? Oh! 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 Dass ich die ganze Zeit dem viel kritische Treffer anbringe, das interessiert halt nicht. Ja, pfff. Muss ich ein andermal wiederkommen. Ey, den Programmierer, der sich das ausgedacht hat, der gehört gevierteilt. Der Programmierer, der sich das ausgedacht hat bei den Aalghulen, der gehört gevierteilt. Geredert und gevierteilt. Und hier steht halt auch nichts von wegen, die haben super die Ultra Haut. Oder dass die giftiges Blut haben oder so. Davon steht da nichts. Wieso kriege ich Schaden nur, weil ich das hätte? Das würde ich bei den Konstruktionen verstehen. Oder was weiß ich? Ja, hier bei den Konstruktionen. Da würde ich das ja verstehen. Das sind feste Steinobjekte. Aber dann nicht bei so einem Vieh, was hier nur aus Fleisch und Blut besteht. Und Knochen. Bei den anderen Viechern habe ich das ja auch nicht, dass ich Schaden kriege, wenn ich die treffe. Warum also bei den Aalghulen? Was ist denn? Was ist denn? Kann ich die Quest erst machen, wenn ich selbst so um die auf Level 76 bin? Oh, die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Undvik. Das ist das aufs Gällige. Vervollstehensame auf Gewinnkarten. Würfelpokerspieler gemacht in dieser Misziplin. Spricht mit Tartori in seinem Knödelladen. Novigrad, Novigrad. Ecken muss wohl nach Novigrad. Oder ich mache das hier. Greifenausrüstung. Nee, brauche ich alles nicht. Ich brauche sowieso erstmal... Wenn, dann muss ich mir sowieso erst einen Meisterschmied organisieren, dass ich das machen kann. Ansonsten bringt es nichts, das zu suchen. Besuche Triss in ihrem Haus. Ja. Das Fieder, das ist... Das ist einfach nur OP. Krank OP. Oder ich gehe erstmal hier hin und mache da die Quests. Fragezeichen. Okay, dann muss ich hier einfach mal strunz geradeaus über die Brücke und dann nach rechts. Hook? Heya. Heya. Heya, mein Pferd! Ah, Bär. Au. Aber... G-Geralt, hallo? Ach, das Spiel will mich doch grad foppen. Ich drücke B, aber er weicht nicht zurück. Ich glaub, weil ich die Ausdauer aufgebraucht hab. Ich hatte ganz vergessen, dass das geht mit X gedrückt halten. Das hab ich völlig vergessen. Na, egal. X-Bam geht ja auch. Oh, ihr Trickbetrüger. Hilft, Fax. Grau und gebeugt, aber naiv wie ein Kalf. Auf ihn! Jetzt ist Rund! Hör, Hände! Hör, Hände! Hör, Hände! Hör, Hände! Ach, jetzt fühl ich mich wieder super. Ja, ja, grau und gebeugt und naiv und so. Ihr seid doch jetzt die Toten. Na, was sagt er jetzt? Und hab. Moment, ich wollte... Ich muss hier noch meine Karte neu markieren. Da will ich hin. Ich dachte schon, ich krieg hier ne Quest. Du kannst das Ding wieder wegstecken, Geralt. Ist okay. Ich bin ein Postreiter. Lasst mich durch. Nicht so schnell, Plätze. Aber er hat ne Quest. Oh, oh. Was hat du denn? Plünderer. Was ist hier passiert? Bist du dumm oder blind? Das ist doch offensichtlich. Hey, er ist ein Hexer. Das ist auch offensichtlich. Komm ihm nicht blöd. Antworte ihm. Ich weiß so viel wie du. Also nichts. Aber mit etwas Übung kann man Leichen lesen wie Bücher. Die Schwarzen haben gegen die Roten gekämpft, musst du wissen. Um die Brücke. Wir sorgen nur dafür, dass nichts verkommt. Nehmen nur dieses feine Schwert. Das habe ich im Schilf gefunden. Willst du es vielleicht kaufen? Ich nehm's ja auch kostenlos ab. Ach, komm, hier. Eigentlich will ich's nicht. Ich würd's sowieso nur verkaufen. Ach, komm her. Tja, meinem Toten nützt es ja nichts mehr. So ist es. Möge es stattdessen dir nützlich sein. Hast du was verloren? Ja? Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Ja, was soll's. Die waren ja nett zu mir. Er hat sofort erkannt. Achtung, ist ein Hexer. Dem nicht witzig kommen. Der versteht keine Späße. Noch mehr Ghule. Hunde. Oh. Verlassene Städte. Na, krieg ich von euch auch Schaden? Oh. Ich krieg ja gar keinen Schaden, nur weil ich euch treffe. Woran das wohl liegt? Lieb wo da, dass es total bescheuert ist, dass ich ohne Grund Schaden kassiere. Da, ihr Nilfgaarder, habt euer Fischerdorf zurück. Gibt's jetzt auch einen Händler, mit dem ich Quint spielen kann? Nein? Schade. Wenn ich je einen Sohn kriege, Männchen, geh rein. Mach das, guter Mann. Stand da nie doch was von nem Schatz? Mach da nicht. Ja, ja, Novigrad und so. Ah. Militegen, segne dich, Nittil. Pass auf, Nittil. Die kleine Schachtel, die du mir mitgegeben hast, war da irgendwas von wert drin? Ich hatte leider einen unglücklichen Arbeitsunfall und die verfluchte Schachtel ist dabei ins Wasser gefallen. Und ich hab sie nicht wiedergefunden. Ich wollte sie noch rausfischen, aber irgendein Teufel hat da unten und wollte sie nicht wieder hergeben. Jedes Mal, wenn ich mein Netz geworfen habe, war nur eine Falle drin. Vielleicht kann ich sie irgendwie wieder gut machen. Nie das mit einem Rabatt auf die nächste Lieferung. Ergebens will ich. Oh. Oh. Da brauche ich wieder das gute Pheromon. Oh. 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 Die Kiste da? Das riesen Ding? Holy moly. Da hat er aber eine ganze Truhe fallen lassen. Okay. Das sieht aus wie ich wollte gerade sagen wie ein Steinbruch, aber ich glaube eher ich glaube das ist ein Lager. Bestimmt ein Banditenlager oder sowas. Nein, das Spiel hat keine Bugs. Was haben wir denn hier schönes? Aha. Glück. Kann man mitnehmen. Zwischenspeichern. Was? Enabling. Ich habe ganz vergessen wie ultra praktisch das ist mit dem X-Gedrückhalten. Oh. Kleiner Schlüssel. Und ein Brief. Juna. Natürlich kannst du bei uns bleiben. Was ist denn das für eine Frage? Bring auch deine Familie mit. Hierher ist der Krieg noch nicht gekommen. Wir haben massenhaft Essen. Ich habe in den letzten Wochen sogar zugelegt. Wenn du mir etwas Bier und Schinken vergisst, äh, weg isst, tätest du mir sogar einen gefallen. Wir bereiten dir schon ein Bett vor. Du schließt auf dem Dachboden. Da ist es gemütlich. Du darfst nur nicht vergessen, den Kopf einzuziehen, wenn du die Treppe rauf gehst. Gut reise, Juna. Bis bald. Dein Musk. Dein Elon Musk. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ich verwahre mal seine Items. Quest Pech. Und was für Pech. Okay. Nice start. Oh, ein Monster Nest. Ein Buhl-Nest. Ich muss es zerstören. Haha. Zündung. Ich würde sagen, die hier hatten auch Pech. Ah, das ist... Ist das ein Käfig? Das sieht aus wie Schatzkammer-Transport oder sowas. Oh. Hier vorne war doch noch irgendwo ein Fragezeichen. Hier sind ein... Oh, ein Banditenlager. Hier sind einige umgekommen. Das ist ein... Was? No, da, 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 da... Okay, das war's dann mit dem Fragezeichen hier in der Ecke, oder? Ja, haben wir alles. Ab in die große wilde Stadt. Komm, Plätze, auf in die Großstadt. Auf uns warten Nütten und Koks. Wobei, sowas gab's hier noch gar nicht, außer das mit den Dirnen. Ein Glück ist das Spiel, die ich hab 18, deswegen darf ich das sagen. Dann muss ich jetzt... Muss ich mal auf die Karte linsen. Ach ja, genau. Also, der Weg führt zu dem Festung. Malzeit. Und in der Stadt gibt's doch bestimmt jede Menge Gewinnspieler. Ah, da ist die Brücke. Ah, genau, diese Monstrosität von einer Brücke. Oh, das muss ich auch mal in Minecraft bauen. Ja, und ab hier sind die Roten. Du bist ersticken an drei Pfund Stahl. Nicht so schnell. Hm, warte mal. Ja, hier die Stadt, da sind noch die Roten und hier, das ist alles Novigrad. Hm. Ähm. Okay. Let's see. Bredanien. Nee, äh, Novigrad. Äh. Rutski-Pulski-Pullski-Pudding-Supski. Ja, das war doch perfekt ein Hilfgardes-Spiel. Geh mir aus dem Weg. Au. Au. Du kannst passieren. Ja, will man ja wohl meinen. Ihre und Heimatland. Ihre und Heimatland. Ihre und Heimatland. Verdammt, soll wieder verlaufen. Mach langsam. Sieh an, ein Hexer. Sieh an, sieh an. Ein Hexer in der wilden Großstadt. Ein Barbier. Vielleicht sollte ich doch mal vorbeigucken. Guten Tag, werte Herr. Mein Armäne bedarf es einen Schnitt. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Ja, ja, so ist Schnieke. Lose, hinten den Kopf zusammen. Der Elfische Rebell. Wollen wir mal gucken, wie der aussah. Das sieht bescheuert aus, wie der es da oben rumfuchtet. Offen nicht zu lang. Rasiert bis auf feinen Pferdeschwanz. Das ist das, was wir schon hatten, ne? Ja, genau. Ja, das ist in Ordnung. Bis dann. Weil wenn wir jetzt schon mal wieder in der Großstadt sind, dann können wir ja wieder... Jo, Gangster. Und irgendwo hier war doch jetzt die Tafel. Streitlos, der ich weh. Halt! Jo, dann gucken wir mal, ne? Achtung, Trolle! Achtung! Es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Ponta. Besagter Troll soll Redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein Nilfgardischen Abdeckungsmanöver. Okay. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meinen, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten. Möglichst dicht über den Boden zu kauern und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Berto Betolomio, Hauptmann der Garnisonen. Okay. Auftrag! Monster in Ochsenfurt! Ah! Auf Befehl unserer höchst edelmütigen Herrschaft, König Raduvi dem Fünften, ist jeder fahrender Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt. Die Stadt, auf deren Territorium sich die Älteste aller Akademien befindet. Ochsenfurt. Wer seinen schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Kommandant des Stadtregimes Ochsenfurt. Auftrag! Bestie im Wald von Ochsenfurt. Ey, wir werden hier richtig belohnt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird von Ihnen von Interesse sein. Hans von Cedaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angreifen des Monsters leidet, welches offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrada Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Geld erhalten, sondern ein Tritt, der Ihnen seinen Lebtag nicht mehr schmerzfrei wird sitzen lassen. Hans von Cedaris, weltberühmter Glücksritter, Veteran zahlreicher Kriege, Ehrenmitglied des Ordens der Lilie. Auftrag! Monster im Wald! Noch ein Monster? Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern um Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seinen patriotischen Pflicht und bringt uns dem unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Norms unter unserem tapferen König Hadowit einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg! Hauptmann Felix Grupp Anmerkung, die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung Nummer 2 Achtung! Wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. Oha! Das Trinkdiplom schließt die Pforten. Angesichts der Tatsache, dass die Akademie von Oxenford jüngst geschlossen wurde, wird auch das Trinkdiplom, unsere geschätzte Studentenvereinigung, die 87 Jahre lang durstige Studenten mit kühlem, hellem und dunklem versorgt hat, ihre Pforten schließen. Erheben wir also ein letztes Mal die Hunden zu einem lauten Vivat Academia Vivat Professores Quint! Ja, 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 ja! Spielt gegen mich, Steppan! Hast du schon alle Gewinnspieler besiegt? Glaubst du, dass du bereit bist für den Besten der Besten? Dann tritt gegen Steppan an! Der ist so gut, dass es scheint, als würden die Karten sich von selbst spielen. Ja! Was will ich? Äh, Steppan... Äh... Moment, hab ich gegen die nicht schon gespielt? Der Betrunkene von Oxenfort Monster im Wald? Die Kreatur aus dem Wald von Oxenfort Steppan... Ich glaub, gegen den hab ich schon gespielt, oder? Äh... Davon wird nichts auf der Karte markiert, ne? Nee. Das ist in Novigrad? Schau dich in der Umgebung um. Monster im Wald? Spricht mit dem Kommandant des Wachpostens bei der Brücke von Novigrad? Spricht mit dem meritanischen Offizier auf Level 79. Wieso ist das alles so hoch? Ich hab doch hier schon gemacht und getan, dass ich so viel XP wie möglich mitnehme. Oh Mann. Ich glaub, gegen Steppan hatte ich schon gespielt, weil der... Der Name sagt mir doch irgendwie was. Hm. Und dann wär die Quest jetzt halt auch hier. Ach Mensch, Plötzler, so ein Käsekuchen. Komm schon. Mach langsam. Hä? Hä? Halt! Sie da! Warten Sie bitte! Sie sind doch Geralt von Riva, oder? Ja? Kommt drauf an, wer fragt. Das Steueramt des besetzten Temerien. Abteilung Dorian. Vertreten durch meine Wenigkeit. Stellvertretender Steuerzeller. Waltemore Mitti. Sehr erfreut, würde ich sagen. Worum geht es denn? Um unangemeldete Einkünfte. Wie bitte? Es gibt Hinweise. Zahlreiche. Dass Sie in den vergangenen Monaten einiges an Geld verdient haben. Schnell. So schnell, dass es Verdacht erregt hat. Ein Creeper. Er ist ein Creeper. Ein scheiß Steuereinzieher. Der explodiert gleich vor dir, Gerald. Lauf weg. Der will steuern? Was? Was? Hallo? Ich bin Freiberufler. Ich muss das nicht versteuern. Oder doch? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Im Moment nicht. Sie können sich sicher sein. Da kommen Sie nicht raus. Beantworten Sie meine Fragen. Schnell und ausführlich. Beruf? Echser. Monsterjäger. Hm. Einzelunternehmer. Dienstleistungen. Art der Dienstleistung. Rattenplagen. Monsterbeseitigung. Weiter. Haben Sie je in der Gegend um Weißgarten in größerem Umfang mit Rohleder gehandelt? Äh, nein. Mit Rohleder gehandelt? Noch nie. Kann mich nicht erinnern. Ich meine, ich verkaufe Schwerter und Rüstungen, aber nie mit Leder. Soll das ein Witz sein? Natürlich nicht. Gut. Weiter im Text. Haben Sie im laufenden Steuerjahr Muscheln erworben mit der eindeutigen Absicht, die darin enthaltenen Perlen zu verkaufen? Und selbst wenn? Was ist daran so schlimm? Artikel 86 Absatz 3 des Steuergesetzes sagt, wer Waren zu einem unziemlich niedrigen Preis erwirbt und dabei das Unwissen des Verkäufers ausnutzt, wird mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Prozent der Einkünfte aus einem solchen Handel belegt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Und jetzt? Antworten Sie. Haben Sie oder haben Sie nicht mit besagten Perlen gehandelt? Noch nie, hä? Nein. So etwas habe ich noch nie getan. Hexerehre. Und jetzt? Zur letzten Frage. Haben Sie sich jemals die beweglichen Güter eines anderen unrechtmäßig angeeignet? Hm. Heißt. Heißt, ob Sie jemals bei irgendwem reinmarschiert sind und ihm etwas ohne Erlaubnis weggenommen haben? Ähm. Ein paar Mal. Die Eigentümer haben nie protestiert. Vor dem Gesetz ist das keine Entschuldigung, guter Mann. So, einen kurzen Moment bitte. Spalte B mit Tabelle 7 vergleichen. Den Satz für bestätigte, kinderlose Junggesellen anwenden. Den Freibetrag von 7,3 Prozent für gefährliche Professionen ansetzen? Das kommt genau hin. Wahrlich. Sie sind außergewöhnlich ehrlich. Es wäre unhöflich zu widersprechen. Heutzutage sind solch bürgerliche Tugenden selten. Das ist eine Belohnung wert. Hier. What the fuck? Was ist das denn? Ein Diplom. Ich verleihe Ihnen hiermit den Titel Aufrechter Steuerzahler. Rahmen Sie es sich ein. Hängen Sie es an einem würdigen Ort auf. Meinen Glückwunsch. Was zum... Was? Das ist klar. Wo es meine Plötze jetzt sind? Da. Ehrwürdiger Steuerzahler. Das rabe ich mir ein. Lauf, lauf. Ich würde gerade mal auf der Karte gucken. Ja, dann... Wo muss ich ihn hin? Da hinten? Ich dachte, es ist irgendwo hier. Betrunken in Ochsenfurt. Gucke ich mir mal das an. Wenn da keine Kreatur lauert, die mir Schaden gibt, äh, dann... Lange lebe Radu dit. Äh, okay. Ach, immer dieses miese Wetter nach ein paar Stunden Spielzeit. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Reden wir über die Belohnung. Bewehre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Äh, werden wir doch mal sehen. Ich weiß, Zunftmitglieder sollten gut bezahlt werden. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Das Geld habe ich nicht. Äh, 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 äh. Ich sehe, du wirst vernünftiger. So kommen wir weiter. Aber es ist immer noch zu viel. Äh, 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 äh. Komm schon, genau 300. Na schön. Das kann ich reinen Gewissens zahlen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Ja, das klingt ja super, ne? Ob ich das hinkriege mit nur Laufen in Ochsenfurt? Einfach mal so, um es thematisch so ein bisschen Roleplay-mäßig so zu halten. Die besten Waren, die seit des Ponto wirst ersticken an Dreifundstahl. Ja, 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 tu mich auch. Kaputt. Oh, ich muss doch bitten. Äh, sie da? Oh. Oh. Spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Ich glaube, du sagst mir alles, was ich wissen muss, mit oder ohne Flasche. Ja, mach ich. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder fünf, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel. Ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht. Das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich mal in Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht. Wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Sehr zuvorkommend. Untersuche den Schauplatz des Monsterngriffs mit Hilfe der Nägzer. Erstmal zum Arzt. Also ein Stadtleben ist doch echt mal was anderes. Allein schon so die Perspektive. Ach ja, sieht schon schön aus.